In der Kategorie Show sind nominiert Daniel Jackson für seine Auftritte als Michael in den Sendungen Star Styling und Arabellas 500. Sendung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Daniel Also ich finde, eigentlich haben alle den Arabella Oscar verdient, aber es kann leider Gottes nur eingeben. Das ist schön, wie Jack Nichols immer seinen Oscar auspackt hier. So And the winner is Daniel Daniel Mit Daimyo habe ich ja schon das Oscar in der Sendung sehr herumgeschmust, muss ich sagen. Ich habe es gerade jetzt nochmal bei den Zuspülungen auch gesehen. Möchtest du noch ein paar Worte an das Volk richten? Es reicht auch, wenn du nur sagst... Oder so ähnlich. It's great. It's great. Also Daimyo ist auch etwas schüchtern und zurückhaltend, ganz wie sich das gehört. Ich sage herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich meine, ich bin bekannt dafür, dass ich immer begebe dieses Wortfalle. Dann mache ich das jetzt genauso. Herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank. Gut. Bitteschön.